hey leute willkommen zur auslösung vom zweiten advent es gab ja zwei spiele zu gewinnen das war einmal karl in the reaper man und zum anderen war es war das jeweils zwei keys und wird sagen wir gehen direkt zur verlosung immer mal auf die klima seite so machen wir erst mal ganz am anfang karl in the reaper man zwei leute können gewinnen von wie viel von zwölf leuten können zwei gewinnen also haben ein bisschen mehr leute mitgemacht als beim letzten mal da waren es nur sechs und ich würde sagen wir legen direkt los karl in the reaper man geht an so das ist einmal der thomas h und der null pointer herzlichen glückwunsch und der null pointer hat mir im discord schon gesagt er hat noch nie was gewonnen und ja jetzt hat er mal was gewonnen und freut mich für ihn dann würde ich sagen gehen wir jetzt direkt zur nächsten auslosung das wäre rumor dass so kommen wir zur auslösung von word hast weiß nicht wie viel da jetzt mitgemacht haben haben nur zehn leute mitgemacht also auch eine relativ hohe gewinnchance und ich bin gespannt wer es wird legen wir los so und das wäre einmal der sebastian thiele und einmal der ferren cxd keine ahnung wie es richtig ausgesprochen wird aber herzlichen glückwunsch leute an alle vier gewinner ich werde jetzt mit euch kontakt aufnehmen euch eine e mail schreiben dann erwarte ich erst mal eine e mail zurück und danach geht der key raus so sind wir sicher dass die richtige e mail eingetragen ist ich habe vom letzten gewinnspiel auch noch von einer person keine e mail zurückbekommen ich habe schon zweimal geschrieben aber nichts erhalten und ich werde das sehr wahrscheinlich noch mal neu verlosen muss man gucken wie ich das mache aber erstmal herzlichen glückwunsch leute und ich wünsche euch viel spaß mit dem gewinnen schönen abend noch